Ernst? Nein, ich hab's ganz gesehen. Also ich find's dir auch nur eine Katastrophe. Was ich gesehen hab, ist eine Katastrophe. Warum? Ja, weil man sich nicht so gehen lassen kann. Was ist an dem, was die gemacht haben, gehen lassen? Die haben die Wahrheit gesagt. Ihr sagt doch auch oft die Wahrheit. Ihr lasst euch auch oft gehen. Also ich hab da jetzt wenig Wahrheiten gehört. Ich hab da zwei Männer und zwei Frauen, waren's glaube ich. Wann's zwei oder so? Ich hab das Video nicht gesehen. Die hab ich gesehen und was da Strache gemacht hat, war selten dämlich. Jetzt hat er's kapiert. Ja, ja. Und ich hätte nicht gedacht, dass ein Vizekanzler solch eine Dämlichkeit vom Staat belassen kann. Oder stundenlange Dämlichkeit. Aber ich kann Ihnen versprechen, die Menschen sind nicht doof, wie das die Regierung und auch die Medien hoffen.